Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Zuckerschnecken. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich heute Abend wahrscheinlich streamen werde. Start wäre so, ich weiß noch nicht genau, 8 oder 9 Uhr rum und wir würden dann wahrscheinlich ein 15 Jahre altes MMO-RPG spielen. Kann natürlich auch wieder Forest spielen. Ich weiß noch nicht. Ja, bis Open End würde ich sagen, Donnerstag ist Feiertag, ich muss nicht arbeiten und wenn ich sowieso zocke, kann ich auch den Stream nebenher laufen lassen. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend sehen oder hören. Bis dann, tschüss.